Yo, servus Leute, yo, servus Leute, reagieren auf UFO, 361, Farid Bang, Capital Bra, Kurdo. Seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, wir reagieren auf Farid Bang, Capital Bra und Haftbefehl ist auch am Start. Renn, Renn heißt der Song, ihr wisst Bescheid, wir sind am Start, checkt immer gerne ab, auf was ich schon alles reagiert habe und ballert mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann haben wir schon auf Loredana, Azizuna und HoodBlack reagiert, wir machen weiter mit Farid, Kapi und Haftbefehl. So, gehen eben ganz kurz in die Infobox und dann starten wir eigentlich auch schon direkt. So, was haben wir hier am Start A, Renn, Renn Plus bei Josnes, Dinsky und Johnny Instrument Mastering bei King Size. Das Video ist von Benny 030, ok, bin mal drauf gespannt, wir gehen rein, let's go. Okay, ich glaube ich freue mich, ich glaube ich freue mich auf den Song, schön aggressiver Sound, die haben jetzt aber auch, warte, wen haben wir denn schon als Feature gehabt bei Kapi und Farid? Einmal war Kollegah dabei, einmal war eine Sängerin dabei, ich habe ihren Namen gerade vergessen und jetzt nochmal Hafti, ok. Ok, ich weiß nicht warum, aber sein Einstieg hat mich irgendwie direkt gepackt, sein Einstieg hat mich irgendwie direkt gepackt, weil der Beat, ich finde ihn gerade ein bisschen zu leise, kann das sein? Warte mal, ganz kurz. Ey, keine Ahnung warum, aber ich höre so ein bisschen gerade, ich kriege diesen alten Kapi-Vibes zurück, weil der Beat mit Kapi seiner Stimme gibt mir halt diese, ne man sagt ja immer der alte Kapi, der alte dies und das, man sagt das ja zu jedem Künstler. War halt aber auch so, Kapis alte Songs waren einfach diesen Hungerhass einfach krass gespürt. Boah, sorry Leute, dass ich mitten in der Line auf Stop drücken muss, aber hätte ich jetzt zwei Sekunden länger laufen lassen, wäre mein Video gesperrt, das muss ich einfach sagen, weil Leute sich immer aufregen. Ich glaube, als deutscher Reaction-Kanal kriegt man halt die meisten Kommentare mit, warum stoppt man so oft. Boah, Dicker, ich verstehe gerade selber nicht, warum ich so gar nicht klarkomme auf Kapi seinen Part, es ist jetzt kein deutlich aggressiver Sound oder so, er geht jetzt stimmlich nicht so krass ab, aber mit dem Beat in Kombination gefällt mir das gerade voll. Viele Feinde, viele Scheine, wir können jede Mutter ficken, doch wir ficken deinen. Dicker, der Beat. Ach du Scheiße, ist das ein Banger. Ist das ein Banger und wir haben den Banger noch gar nicht gehört. Boah, Haftbefehl auch auf diesem Beat. Dicker. Das Ding ist, Leute, ich bin halt sehr großer Fan von Pitch-Stimmen in Beats und wenn die Pitch-Stimme dann auch noch so orientalisch angehaucht ist. Und dann noch aggressiver Sound und dann noch dieses Trio. Was will man da mehr? Ich bin von dem Maybach geträumt. Ich brachte mehr Künstler auf die Eins als The Voice. Und das in elf Staffeln. Ich wollte Geld machen. Geld ist das Einzige, was ich noch selbst wofür. Dicker, Farid kommt auch. Ein stabiler Einstieg nochmal hier gewesen. Die Line mit The Voice, auch nochmal eine coole Line gewesen. Wisst ihr, was ich bei Farid halt so geil finde? Farid schafft es immer wieder kreative Lines zu verwenden, obwohl es immer das gleiche Thema ist im Rap. Keine 0815-Lines, so. Ich hab ne Karriere mit Traum erfolgen. Auf der Sparring mit mir wird ein Traum erfolgen. Das ist kein Potskampfrap, ist wie Schottland. Schöner Spit, den er da hatte. Bitte, Bitte, X war ein heftiges Album. Wir haben auf das ganze Album reagiert. Ich, ne warte, du gibst ein Konzert in Manchester. Schade, denn kein Manchester. Er hatte auf jeden Fall sehr geiles Bits. Denn viele von ihm kommen mit Rock an. Ich weiß, wie es ist, alles zu haben. Lambo zu fahren und deshalb ist die Knarre geladen. Dicker, ich, der Beat hat sowas, sowas Chilliges. Ne? Wo du schön drauf flexen kannst, aber auch was Aggressives. So, 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 so ein Mix aus, ja, ein Mix aus einem chilligen Soundbild und einem aggressiven. Hi, Vox Champ und hab die Waffe in der Hand, die Iron Man, ah. Ist der Bra hinter dir? Was brah hinter dir, Farid? Dick, dick. Okay, jetzt kommt nochmal die Hook rein. Die Hook, muss ich sagen, war solide, hat mich jetzt nicht umgehauen, aber ist ein solides Ding. Die Hook zum Beispiel mit Kollegah, Farid und Kapi, wo man alle drei zusammen auch gehört hat, war eine Hook, die ich jetzt nicht so gefühlt habe. Die habe ich jetzt nicht so gefühlt. Aber die ist so eine Hook, solide. Also ich sag euch ganz ehrlich, also geiler Beat, zwei geile Parts und ne Hook, die solide ist. Jetzt muss nur noch Baba Haft einfach nur das machen, was er immer macht. Ablieb. Ich denke an diese Stimme. Das ist auch so eine Oldschool-Deutsch-Rap-Stimme. Gehen wir nochmal einen Tick zurück. Mal einen Tick zurück. Guck mal, Farid zum Beispiel eine tiefe Stimme gehabt, Kapi auch. Und jetzt kommt nochmal so ein schöner Kontrast rein mit Haftbefehl. Decker, ich mag diesen orientalischen Touch im Beat voll und Haftbefehl, wie er, er ist, er hält sich an gar kein Schemata, an gar kein, an nichts hält er sich. Bei ihm ist es immer so irgendwie, es ist, du denkst, es ist ein Durcheinander, aber irgendwie passt es jedes Mal. Sokratz, ein junger Abba, nun soll man sein Wunder. Ich kraft nochmal eine Schopper und der kalt da Koffer. Du kriegst ein Durcheinander, der deine Tonart hat halt mal locker. Decker, die Betonungen sitzen. Die Betonungen sitzen. Schön, wie er das Ganze betont, wirkt auch nochmal, ja, finde ich, Betonungen sorge nochmal dafür, dass das Ganze schön authentischer wirkt, dass ein Song authentischer wirkt. Ja, safe Safe Krasses Ding, Leute, das gefällt mir voll gut Ich kann euch direkt jetzt zeigen, das wird Das wird auf jeden Fall die Woche Das eine oder andere mal gestreamt Nein, ich spiel keinen Rocker Ich begrüße alle Jungs auf den Zugang mit den Halley-Jobbers Ich spiel keinen Boxer, nur klassisch wie ein Jobber Parkiert auf den Kapital, ficken eure Popstars Bam, Digga, was ne Line Wer war das neben Haftbefehl? War das Silver? Ist es Silver? Ich bin mir grad nicht sicher, nein, oder? Silver arbeitet ja auch viel mit Johnny Instrument Reagieren wir ja auch aktuell auch drauf Krasser Typ, aber ich glaub, ich weiß nicht, ob er das ist Ficken eure Popstars Ist der Bra hinter dir? Was Bra hinter dir? Geil, Digga, wie in der Hook Natürlich, weil das ja natürlich so Sozusagen die wichtigste Stelle in dem Song auch ist Schön, der Beat Nochmal vollständig rauskommt Aus sich herauskommt Und nochmal die Pitchstimme Auch nochmal etwas lauter wird Ein bisschen mehr Alles kommt so ein bisschen mehr aus sich heraus Es wird auf jeden Fall so, ich glaub, Top 3 Der Woche sein Safe, safe Top 3 So Weil es wird auf jeden Fall gestreamt Geiles Ding Sehr, sehr geiles Ding Passt auf euch auf Also, kommt hier noch was? Warte Ja, hier nochmal die Box Passt auf euch auf Macht's gut Haut rein Und ciao Ja, hier nochmal die Box